Oh, sch**t. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Wie nennt man einen Schwarzen, der ein Flugzeug kriegt? Bitte? Das ist wie Schach jetzt. Ohne Brunnen. Ohne Brunnen, aufs Erste. Schnee, schneid, schneid. Witzig, das... Also, folgendes. Wir haben grade schon mal Schnick-Stack-Schnuck gemacht. Und es war dasselbe Ergebnis. Und ich hab gedacht... Ich hab das richtig gesagt, dass Männer immer Stein haben. Weil ich ihm das Video gezeigt habe. Ich hab Papier genommen. Ich hätte gewonnen mit dem Stein. Willst du mich verarschen? Mit Stein hätte ich gewonnen. Ja, deswegen hätte er mit dem Stein gewonnen. Okay, Moment. Was denn? Komm. Ich lass es kurz raus? Ja. Ready. Ja! Wie schnell geht das? Ich will gern einen Tisch. Hallo. Ich heiße Ursula und verbringe zu viel Zeit im Netz. Zwölf Spinnen im Chor. Hi, Ursula. Ich versteh den nicht. Ich heiße Ursula und verbr... Im Netz! Was? Okay. Das war schrecklich. Weißt du, was mehr wert ist als Gold, Silber und Diamanten? Nein. Hermoriten. Die sind am allerwertesten. Wie grüßen sich Prostituierte zu Weihnachten? Ho, 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 ho. Okay. Sau stark. Sau stark. Sau stark Bilge. Voila, Bibi. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, der ist nicht so gut. Aber... Was ist klar? Dann wird an den Strand gespült. Eine Mikrowelle. Wie gesagt, war nicht so gut. Da war... Da war... Da war... Mikro. Echt? Das war ein Sympathielacher. Am Arsch. Wie nennt man einen deutschen Astronauten, Bilge? Allmann. Und Kartoffelwitzeliege. Kartoffelwitzeliege. Was? Deutsche Kartoffelwitzel. Allmann. Ja, ja. Ja. Kartoffel. Ich rede nicht so. Bäh. Bei der Selber ein Allmann ist. Oh, shit. Der ist richtig scheiße. Der ist richtig schlimm. Der ist so böse. Wie nennt man einen Schwarzen, der ein Flugzeug kriegt? Was? Bitte? Wie nennt man einen Schwarzen? Nein! Oh, shit. Ich wollte dich die Antwort hören. Wirklich extrem taktisch. What the fuck? Also, gib mir die Antwort. Ich hab verloren. Ein Piloten-Rassist. Der war noch in meiner ... Das ist falsch. Ich hab dieses Wort noch nie gelesen, aber okay. Kennst du die Mutter mit den 14 Kindern? Die heißen Ulrike. Ah, das kenn ich schon. Das haben Dali und Anna immer wieder gesagt. Barbara. Chris Frank. Maja. Tore. Samantha. Vielleicht reden hier durch. Rambo. Ramon. Rainer. Angel. Dwight. Xena. Gandolf Merlin. Odin Jens Junior. Dragon Dinoso Degen. Und Hajo Donovan Benvenuto. Alter, mich kann ich gar nicht lachen. Das Ding ist, Dali und Anna haben das die ganze Zeit im Büro gebracht. Nein, das ist einfach unfair. Das ist einfach unfair, ganz ehrlich. Mach jetzt weiter. Boah, bist du zickig. Ich hab keinen Bock mehr. Der ist richtig zickig. Ich gewinn das hier. Oh Gott. Fertig. Möchtet. Oh je. Oh je. Cooles. John. Ist das eine ernste Frage? Das rote. Und lebt im Wald. Komm, bitte antworte. Das ist eine Ernstfrage. Eine Erdbeere. Der Kirsch. I tried, I tried. Das war hart. Das freut mich, dass es hart war. Bilge. War es richtig hart? Und der zählt auch nicht. Ey, meine Karte war offen. Oh, ey, ich bin rot. Nein, beide hast du gehört. Das war Absicht. Welches Stück Fleisch isst man in Norddeutschland am liebsten? Schwarz. Filet Mignon. 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 Ich hab doch Mignon gesagt. Mignon. Ich hab nicht Mignon gesagt. Ja, Chinesisch. Das hören wir uns später nochmal an. Mignon. Filet Mignon. Ich hab das super Nordisch ausgesprochen. Du hast Mignon. Ich hab Mignon gesagt. Was ist flach rund und hat ganz viele Antennen? Deine Mutter. Pizzafunky. Ich hab eine Begert gelacht. Du hast dich selber im Bein gestellt. Scheiße. Das war gut, aber du hast dich selber alleine. Ja, ist okay. Anna? Der ist für dich. Oh, okay. Du magst die Anna. Du bist Anna-Fan, aber eins. Anna ist super. Anna-Fan. Ich bin Anna-Bro. Ich finde mich halt sehr witzig. Okay, sehr eitel. Ich habe das super einfach verloren. Ohne Jokes einfach. Und Schlag. Birgit, das hast du großartig gemacht. Überragend. Vielen Dank. Das war falsch. Warte, wollen wir doch lieber Seitenwechsel? Wieso jetzt doch? Weil links meine Stücke-Seite ist. Rechts ist meine, also komm. Ey, das ist meine beste Seite, ganz ehrlich. Das ist meine beste Seite. Was? Ich habe eine Nerf-Gun hier. Das mache ich einfach. Steck mal deine Karten. Genau. Das sind meine Joker. Und die drunter. Wieso? So macht man das. Entschuldigung. 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 Könnt ihr jetzt bitte einfach mal, einfach mal still sein? Ja, das ist schon mal. Yes!